Ich bin im elterlichen Betrieb mit aufgewachsen. Ich bin mittlerweile in der dritten Generation und bin natürlich stolz, dass mein Sohn diesen gleichen Schritt macht. Also ganz klar ist, dass das Bad eines der anspruchsvollen, vollsteren Räume geworden ist, neben einer Küche. Ja, und auch dort richtig viel Technik mittlerweile verbaut wird. Und natürlich sind wir auf dem absoluten Trend des Großformats. Die Großformate sind natürlich für uns Fachunternehmen schon wesentlich besser, weil die Kunden dann wirklich sich sagen, dann wollen wir das natürlich auch von einem vernünftigen Fliesenleger verlegen lassen, der es von der Pike auf gelernt hat. Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel, was eigentlich all dem geschuldet ist, dass es keine Meisterpflicht mehr gibt. Systemhandwerker sind wir seit zehn Jahren und das war der richtige Schritt, den wir gegangen sind, weil durch das System wir natürlich dem Kunden viel mehr Möglichkeiten zeigen können. Wir wollen uns ganz klar von der Mehrheit absetzen, denn Systemhandwerker stellt ja irgendwo auch so eine Zertifizierung dar, eine ganz klare Absetzung von der Konkurrenz. Mein Lieblingsprodukt von Schlüte ist ganz klar die Duschrinne. Die Duschrinne hat einen wegseitig vormontierten Abdichtungsflansch, wir haben eine sekundäre Entwässerung und die Duschrinne ist aus tiefgezogenem Edelstahl in V4A gefertigt. Natürlich gibt es bei Schlüte auch noch jede Menge andere Produkte, ob das die Schiene ist für den Kantenschutz, die in jedem Bad vorkommt oder die Abdichtung oder irgendwelche anderen Dinge wie ein Gefällekeil. Auch hier hat Schlüter wieder eine super Innovation geschaffen. Früher haben wir noch alles mit Silikon beigeknetscht und da haben wir uns eine Winkelschiene selbst gebastelt und heute durch den Gefällekeil sind wir schneller unterwegs. Es ist sauber ausgeführt und es ist wasserdicht. Das ganze System greift ineinander, wo jedes einzelne Element aufeinander abgestimmt ist. Ganz neu eben das Lipotec-Modul, was in 16,7 Millionen Farben ansteuerbar ist und das Besondere daran, wir können es auch im NAS-Bereich einsetzen, da es eine IP67-Zertifizierung hat. Mit Schlüter-System zu arbeiten ist für den Kunden und für uns ein Riesenvorteil, weil wir auch sehr viele Produkte von Schlüter eingelagert haben, wo wir sofort darauf zugreifen können und natürlich den Kunden sofort bedienen. Hallo, mein Name ist Markus Trenneck, ich bin Außendienst bei Schlüter-Systems und heute im schönen Osthessen im Städtchen Hünfeld, um der Fliesen-Münkel GmbH diesen Award für Handwerk seit Herz zu überreichen. Bernd, seit vielen Jahren haben wir eine tolle partnerschaftliche Zusammenarbeit. Seit neun Jahren darf ich zu dir kommen, du bist Fliesenleger mit Herzblut, die Zusammenarbeit ist Fliesenleger mit Herzblut und Schlüter-Systems und dafür darf ich dir heute diesen Award überreichen. Vielen Dank Markus, ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit und möchte mich auch noch mal bei dem gesamten Schlüter-Team für diesen tollen Preis bedanken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.